So Leute, wir spielen heute das schwerste Spiel, was es gibt, nämlich Alt-F4. Das ist ein sehr bekanntes Spiel, das hat Monde schon gezauert, Knossi, auch. Auf jeden Fall ist das ein sehr bekanntes Spiel und ich wollte mal gucken, ob das denn wirklich so schwer ist, wie sie es denn alle sagen. Ich denke schon, aber gucken wir jetzt erst mal. Okay, das erste Level. Ich brauche die Maus. Kann ich bitte auch mit WASD steuern? Ja, okay. Weil das hat mir mal in diesen ganzen anderen Spielen gefehlt. Okay. Was zur Hölle? Vor allen Dingen, warum ist da überhaupt ein Portal? Ich check gar nichts mehr. Kann man auch irgendwie rennen? Keine Ahnung. Okay, eine Ego-Perspektive gibt es aber auch. Das heißt doch schon mal alles, oder? Wenn es eine Ego-Perspektive gibt. Alter, was ist denn jetzt hier los? Steh auf, Junge! Alter! Was? Was? Man kann Hühner hinschmeißen. Oh mein Gott! Ey! Ja, jetzt habe ich doch verloren. Was ist das denn? Verpisst euch! Alter, was ist das denn für ein Spiel, Mann? Jetzt habe ich doch wieder verloren. Wegen Fallschaden und so. Ist das ein Kack. Ehrlich. Nein! Oh mein Gott, no. No! Einfach hoch. Einfach hoch da. Kann ich hier lang laufen? Okay, ich check auf jeden Fall. Waaaaaah! Dafür sind auch, glaube ich, die Hühner da. Bruder! Oh, Mann! Das regnet mich jetzt schon auf. Kack-Game. So, ich glaube, dafür sind die Hühner. Aha. Hä? Oh mein Gott. Einfach jumpen. Ja! Die sind einfach zu dumm fürs Game. Die checken gar nichts im Leben. Alter, wie soll ich denn jetzt da hoch? Ach nee, die wollen, dass ich mir den hier und jetzt da hoch oder was? Okay. Alles klar. Was ist das für ein Geräusch? Ich hab hier gar nichts mehr. Es kommt! Brudi. Brudi. Was? Was ist das für ein Spiel? Und schon wieder hier. Okay, wir sind wieder hier. Jetzt kommt doch dieses Ding. Es ist so ein Müll. Oh mein Gott, es kommt. Es kommt. Bruder, was? Das Spiel ist ja noch kranker als Fanny Spitzerland. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Jetzt kommt die Kacke schon wieder. Ich bin hängen geblieben. Alter, guckt euch das mal an. Aha, am Arsch. Aber warte, ich muss da jetzt rauf. Rauf. Genau, um da jetzt hier hinzukommen. Glaube ich mal. Oh mein Gott, das ist ja... Was ist das denn für ein Müll, Alter? Schmutz einfach. Wenn ich da doch... Ich lebe noch. Hallo. Ich lebe noch. Was? Okay, aber... Okay. Aha. Ich bring jetzt schon mal. Oh, clean. Ah, ich weiß, wie das sein soll. Jetzt weiß ich es. Warte, warte. Ich muss dort hinten aufs Haus. Ja, lol. Oh mein Gott. Nein, nein. Halt dich fest, Junge. Aha. Okay. Alles gut. Habe ich jetzt verloren? Was soll ich denn jetzt machen? Ne, warte mal. Hä? Ich habe auch hier was gesehen, was ich gerne mal überprüfen will. Nämlich konnte man hier irgendeinem Ruch... Ja, da hinten. Da kann man nämlich hoch und da ist eine Kiste, die wackelt. Was ist das? Help me! Help me! Hä? Ich kann nichts damit machen, irgendwie. Geht nichts. Oh, Brodi. Oh, wir sind auf der anderen Seite der Erde. Ah! Wir mussten nur hier hin? Okay, hier wollte ich nicht lang, aber ja, gerne. Krass. Oh nein. Hier ist schon wieder so ein Ding. Komm, Brodi. Schnell! Rein! Ja! Was zur Hölle? Okay, damit habe ich gar null gerechnet. Okay, ja. Ja! Ich war drin. Es ist einfach das zweite Level und ich komme einfach nicht weiter. Oh! 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 Das war bisher der knappeste Versuch. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja! Ja! Okay, jetzt sind wir wieder in so einer komischen Welt. Ich meine, wer kennt es nicht? Einfach nur so Berge und die nicht gut aussehen und ja, das passiert eigentlich mehr, damit er wieder reingeht. Vor allem, ja gut, gar nichts. Okay. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Okay. Ja, kann ich da jetzt einfach hinspringen oder muss ich da wieder das machen? Warte mal. Aha, okay. Kacke! Kacke! Oh! Bitte! Nein! Ich habe gar nicht eine Abkürzung gefunden. Und das war komplett aus Versehen. Oh mein Gott. Ich mache das ja was so. Bruder! Also, was ist jetzt mit mir los? Was ist mit dem Spiel los, Junge? Ach so! Ich hatte wirklich eine Abkürzung gefunden. Und die war, glaube ich, sogar gewollt. Mann! Es geht jetzt schon wieder los! Oh, Mensch! Jesus! Maria! Gott! Mein Gott! Das geht alles gerade auf die Leier, Mann! Hm! Ist ja geil! Also mache ich das jetzt gleich auch mal. Einfach mal draußen auf, keine Ahnung, so einen Ding stehen! So ein... Ich weiß nicht. Wer spielt das? Wer spielt so etwas? Wer? Er war doch oben! Er ist ja nass! Die Anna, die ist nass! Da schmeiße ich glatt mein Headset weg! Selbst wenn ich jetzt da bin, weiß ich halt trotzdem nicht, ob es lang geht. Ah, warte, ich muss mich schleudern lassen. Okay. Okay. Rudi! Okay. Komm nicht weg, Mann! Jetzt bin ich doch wieder fast tot! Ich kann ihn jetzt eigentlich schon aufgeben wieder. Ah, ich habe ja was gesehen. Da muss ich aber jetzt hier mal kurz drauf. Und dann hier so um die Ecke luschern. Genau! Weil hier geht es weiter. Oha! Oha! Oha, Alter! Alles klar! So, wohin jetzt, Alter? Ah, warte. Ja! Yes, I got him. Okay. Der letzte Versuch. Wir sind bei 99 angekommen. Bei 100 habe ich gesagt, machen wir erstmal Schluss für diese Folge. Weil ich halt noch nicht weiß, wie viele Parts es denn dazu geben wird. Keine Ahnung. Wenn diese Folge gut ankommt, machen wir noch einen zweiten Teil. Ja, er freut sich auch schon. Müssen wir gucken. Oh mein Gott. Nein! Nein! Aber ich komme mir doch jetzt nicht mehr weg. Weil ich da nicht landen soll. Ich kann mich hochglitschen. Komm! Ja! Oh mein Gott! Ich habe mich gerettet. Krass! Ey, nein! Okay. Okay. No! Okay, Leute. Ich kriege es nicht weiterhin. Oh! Wir sind Gold! Wir sind Gold! Okay. Okay, Leute. Ich glaube, die meisten wissen ja hoffentlich, dass meine Lieblingsfarbe Gold ist. Und ich würde sagen, wir machen doch noch weiter. Weil wir jetzt Gold sind. Dummes Argument. Wo ist das Gold hin? Wo ist das Gold hin? Und ich würde sagen, wir machen doch jetzt ein bisschen rein. Und ich würde sagen, wir haben doch ein. No